na gut ich glaube er braucht mich nicht aber ich bin da falls irgendwas los ist ja die unabhängigkeit wird nicht geschehen ja wir haben wieder prestige das war ja leicht hier oben irgendwas schönes die sind alle gut ausgerüstet die ganzen provinzen ich gucke immer nur ob da noch ein markt ist der rest interessiert mich gar nicht mehr weil genug truppen haben wir ja wenn ja so noch irgendwo einer rumhängt der keinen markt hat und gar keine gebäude so wie hier da kann man da noch mal überlegen noch mal ein markt hinzustellen sobald wir genug prestige haben ich glaube ich zum zehntausendsten mal erwähne ja der schafft das schon da brauchen wir keine hilfe mehr ich warte auf mein nächstes kind das muss ordentlich sein der muss ne lucia wieder eine tochter na gut lassen wir so sie ist immerhin schon mal schlau das ist ja auch schon mal nicht schlecht helga 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 soll verwaltungsschwerpunkt laden und lucy lucy sieht mir schon so aus wie so eine verräterin aber die könnte mir böse sein das will ich dann lieber eine gebildete dann gehen wir zur jagd bisschen anspannung abarbeiten und dann ist der mann noch wieder gut drauf bildungseinsatz da können wir 25 das ist aber auch nicht die welt setzt ein bisschen erfahrung zu bekommen tja schwierige entscheidung aber hier haben wir am meisten davon obwohl wir prestige eigentlich auch bräuchten aber hier machen wir kein schaden und wir kriegen noch ein bisschen an lebenserfahrung dazu unsere bildung jetzt hat unser kultureller einfluss läuft theoretisch können wir städte bauen so die jagd ist beendet wo war jetzt diese provinz wo jetzt vielleicht nochmal ist irgendwo irgendwo hier irgendwo hier da gut hier noch mal markt hingebaut mal ein bisschen die steuern erhöht die prestige war hat ist sofort wieder weg wie sieht es aus hier wird der glaube gefördert na das will ich auch meinen diese kleine glaubenslücke hier oben werden wir schließen wenn wir dazu kommen da gibt es auch eine glaubenspforte die wir öffnen können allerdings ist mir hier warte mal hier war das ding ne ja da müssen wir auch noch ran du bist du nächst fällig das holen wir uns das wird auch so eine so eine ausliegende provinz die ich gerne hätte wir müssen halt zusehen gefangene du bist die ach hier ist der häuptling na da wollen wir mal also das ist sein kind alles kein problem machen wir gern nein doch nicht du auch nicht dann halt nicht ist eh gestorben haha nie tschuldigung man sollte sich nie über tote lustig machen aber in diesem fall schon grünse katze grünse katze 1 2 3 grünse katze grünse katze 1 2 3 was ist das das ist wer bist du kennt ihr euch wahrscheinlich verbündete du musst mich gut leiden können ey du hast so jose ist ja jetzt ne also hier ne die ist sehr reizend ja und schlau und treu und bisschen sadistisch im bett aber ansonsten also sie ist versaut im bett und ist ansonsten na vom prinzip her ne ja wir haben den krieg gewonnen herzlichen glückwunsch sind wir jetzt gute freunde diplomatische vorfälle macht doch bei mir mit kommen solltet unsere macht in polen nochmal extrem erweitern kulturell hätten wir dann fast ganz polen ja was denn nun schon wieder wer führt denn jetzt schon wieder krieg oberhäuptling von schlesien ruft schon wieder zum krieg hier feinde das könnte jetzt allerdings gegen bayern etwas schwierig werden wenn wir uns da einsetzen worum geht es denn jetzt hier die grafschaft und wer kämpft da alles gegeneinander verteidiger wenn wir da jetzt mitmachen das könnte uns ordentlich in den schwierigkeiten bringen die führen gegeneinander die sind mit denen verbündet da halten wir uns raus ich habe doch ablehnen geklickt oder nicht habe ich gerade verpasst und wir sind trotzdem im krieg ich glaube ich werde alt roland 9,5 nimmt die eindeutung an sitzt ein natürlich nimmt er an na klasse na dann auf geht's freunde da gucke ich mir ganz genau ich habe drauf gelegt ich bin doch nicht dämlich so freunde der sonne jetzt wollen wir doch mal schauen gemeinde wegkehrung konvertierung so profit wir brauchen mehr ritter so gegen königreich bayern im krieg na das wird ja witzig also wir nehmen erstmal die ganze ausseite ein also deren ostseite komplett ich meine ich bin kriegsentscheidend wenn ich hier nicht mitmache dann wird das hier nichts ja aber ich bin jetzt da und dann geht's los spielgefährten der achtjährige hat mit dem 13 jährigen zusammengespielt was spielen die denn? ringer will ich es mir nicht anfassen? ich fühle mich schon stark mit meinen fast 12.000 mannen da komme ich mir schon da komme ich mir schon wer vor der ein bisschen was drauf hat so wenn wir den gegner geschlagen haben haben wir gute karten großmeeren hier sieht ein warum ich den krieg nicht wollte weil es direkt vor meiner haustür ist das ist sehr ungünstig wir könnten auch die hauptstadt verlagern aber da soll ruhig meine hauptstadt sein schließlich ist da eine richtig schöne ebene Ackerland und so weiter so ich habe überlegt ob ich hier noch irgendwo in Ostpreußen hier so eine so eine Provinz Wolfschanze nennen hahaha ja nichts gegen die Namen die sind cool manche ich bin doch nicht Wolfschanze 6 nehmen sie die neue Reichskanzlei die habe ich immer gebraucht na Freunde ja hier kannst du wieder ich begnade gehen das lösegeld ist ja sehr minimal wie lange haben wir noch Waffenstillstand haben wir gar keinen Waffenstillstand irgendwo steht doch immer wenn wir Waffenstillstand haben mein Gott jetzt muss ich meinen eigenen Waffenstillstand suchen wo bin ich denn Waffenstillstand bis vier Jahre 31 Oktober 69 dauert ja noch drei vier Jahre vor 70 passiert hier gar nichts mehr was ist das ein Witz 300 Mann da lohnt es ist ja gar nicht meine Truppe loszuschicken so ja mach mal schnelle da oder habt ihr einen Katapult ne ihr habt die Kavallerie dann marschiert ihr durch ähm da sind die 7000 Mann na gut Freunde wir sammeln uns lassen den Gegner kommen die haben 7000 Mann aber ich habe 12.000 ein Mann stärker sind wir klar überlegen ja von mir aus treten sie bei wir sammeln uns im eigenständigen Gebiet so jetzt kommt er mit seinen 5000 mit seinen 8000 Mann hier rüber jetzt wird's witzig jetzt sollten wir unsere Truppen sammeln und drauf vorbereitet sein wenn der Gegner hier anmarschiert schön ein bisschen verteilen campen wir ein bisschen im Wald und auf dem Hügel würde ich sagen oder dann lass ihn mal kommen wenn er hier rüber kommt machen wir zu mit den 5000 Mann wollen wir uns da schon mit einmischen auf dem Hügel können wir theoretisch machen schaffen wir das noch jetzt ist zu spät die Entscheidung ist gefallen wir kommen aber nur wenn wir heute da noch ankommen und zwar vorher ja erhalten 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 für die Gerechtigkeit ja was denn nun ja das ist wieder der ungünstigste Fall ja was für ein Timing wieder so scheiße gelaufen dass es wieder scheiße laufen musste sie haben den Gebirgsvorteil noch bekommen allerdings besetzen jetzt die Schlesier den ganzen ganzen Verein ja wir müssen uns mit der Truppe zurückziehen und schon gewinnen die 8000 mal nur wenn wir eine zehntausendstel Sekunde zu spät gekommen sind das hat sogar richtig gebackt weil er eben halt wusste dass meine Leute da sind und dann musste sich für eins entscheiden und dann war es ein tausendstel Unterschied na gut so ist das halt ist ja nicht so als wenn es hier um Königreiche geht und sonst was aber hey so alle Truppen ziehen sich jetzt zusammen wir haben immer noch genug Leute keine Sorge ja ich weiß ich hab verloren kann einer gegen die Preußen da ziehen sei es nicht du kommst jetzt hier rüber unterschiedlich hier rüber zu marschieren sammelt die Truppen alles jetzt darüber bis die wieder da sind wenn der Bayer jetzt noch ein bisschen mehr Glück hat gewinnt er das Ding muss nur genug Glück haben wenn ich jetzt wieder zu spät ankomme und er dann wieder das Glück hat dass er dann den Geländevorteil kriegt gewinnt er das Ding ja die plündern jetzt unsere Landschaften da können wir jetzt erstmal nicht viel gegen machen und ich kann nicht überall gleichzeitig sein ja ich hab's verstanden so Freunde der Sonne ich komm jetzt und das im Winter wir sollten uns hier erstmal sammeln 8.000 gegen 9.000 Mann das ist jetzt echt kritisch naja Euro 600 Mann da im Gebirge könnt ihr behalten da marschiere ich jetzt nicht hin so knapp 10.000 Mann so Freunde jetzt komm ich was ist los hier Bayern knapp 10.000 Mann stellt euch heute noch der Schlacht oder wollt ihr nicht mehr jo komm hier rüber diesmal bin ich erster da und ich stehe im Wald jetzt haben wir den Vorteil wenn wir die einzeln schlagen können haben wir gute Karten 10.000 Mann was los wollt ihr nicht mehr ich camp hier grad so schön komm ran hier vielleicht wollt ihr dahin ja ihr wollt dahin jetzt kommt es wieder drauf an wer als erster da ist ah ja die brechen ab Feiglinge da reicht es wieder dass sie den Rückzug antreten können ist eigentlich ein Fluss dazwischen ja das ist ein Fluss das ist gut ja noch Zweifel an meinen Befehlen zack Rückzug die prügeln sich da hinten ah bis die das Gelände besetzen dauert es ewig marschieren wir von Gebirge zu Gebirge jetzt kommt es drauf an wer wieder schneller da ist ach jetzt wollte er auf einmal nicht mehr vielleicht läuft einer zu spät los dann haben wir lacken können eine Truppe abfangen mein 10.000 Mann will sich keiner noch wachsamer ja gut wenn wir nicht ermordet kriegen dann halt nicht hässliche Kröte hässliche Kröte wo wollen wir denn jetzt hin der geht hier spazieren das traut ihr euch nicht Hemmungen oh das wird jetzt die Entscheidungsschlacht am 4. September die Entscheidungsschlacht na gut am 5. 10.000 Mann stehen auf dem Hügel bei wo sind wir hier irgendwo in Schlesien König Kreuz liegt irgendwo hier da ist Gurlitz und an der deutschen Grenze sogar noch und so wie es aussieht verlieren wir wir haben mehr Konter als wir das ist echt schlecht wenn wir die Entscheidungsschlacht verlieren aber wir besitzen mehr Land das auf dem Hügel stehen ich verstehe nicht dass wir da mit 10.000 Mann so schlecht dran sind nur weil wir da wir haben den Verteidigungsvorteil plus 5 ja ok die haben mehr Konter ja ja das ist ja sicherlich richtig aber trotzdem dass das dann trotzdem nicht reicht na gut Kriegsführer Wert ist ja 14 also eher 21 14 ich hätte gedacht dass wir das mit dem Geländevorteil irgendwie wieder ausgleichen wir haben knapp 8.000 Mann behalten ja das wird wohl ein ewiger Krieg pro Ritter kriegen wir jetzt noch mal Dings ich würde mir gerne noch ein paar Ritter einladen ein paar neue Ritter könnten nicht schaden irgendwas irgendwas was Sinn macht irgendjemand der es auch drauf hat ja euer Zeugwart ist tot wir brauchen einen neuen Zeugwart zurzeit stelle ich zwar keine Sachen her aber vielleicht haben wir jemanden der meiner würdig ist warte mal wo war die ganze Abteilung hier ja die sind alle scheiße um mich zu sagen nicht zu gebrauchen so die Armee zieht sich zurück ja der Bayer macht das gut wenn wir die Schleser zur Hilfe gekommen wären hätten wir wahrscheinlich gewonnen aber so wird das hier nichts mehr und das wird ein ewiger Krieg werden weil meine Truppen sich mit den Schlesern aufteilen und dort überall versuchen die Grafschaften einzunehmen und die Bayern hier ständig versuchen uns zu verhauen die Truppen sammeln sich vielleicht kriegen wir noch jemanden der hier als Führer der Nation deutlich besser geeignet ist ne eigentlich nicht er hat ein Kampfgeschick von 21 der Zeugwart ist ja gestorben haben wir noch jemanden der irgendwie irgendwas drauf hat nicht wirklich gegnerische Todesverluste ja komm ist das jetzt schon wieder eine Tochter also in Sachen Frauenzeugen sind wir alle spitze hier ähm Ulla komm die 800 Mann die verhauen wir mit dem 8000 Leuten da sind wir ganz stark drin der nordischen Kultur wurde vernichtet das Tonbuffet ist das brauchen wir nicht da marschieren wir jetzt hin nehmen das hier wieder ein ja wir haben mehr Provinzen eingenommen aber der Bayer hat hier die ganzen Sachen ja ein Crew vom Komplott ja das ist traurig Häuptling von sowieso ist getötet worden ja das ist aber nicht mein Problem dafür kann ich ja jetzt nicht wir brauchen jemanden der kämpfen kann jemand der es drauf hat jemanden wie ihn er soll das Kommando übernehmen können wir noch mehrere Truppen ausbilden was kommt denn noch so an Truppen was kriegen wir jetzt nochmal zusätzlich 300 Mann müssen das auch in etwa sein ich korrigiere das sind ganz genau 300 ja kommen sie raus aus dem Knast wir brauchen das Geld wir könnten uns eine Milztruppe kaufen die wäre als einziges jetzt noch in der Lage das Geschick in diesem Krieg zu wenden ich würde aber ganz gerne noch mal gucken ob ich jetzt irgendjemanden an den Hof rekrutieren kann der irgendwas drauf hat ihn zum Beispiel die haben alle Kampf geschickt und du hast drängend gespielt das kann auch nicht schaden du bist auch schon 46 du bist 24 dich nehmen auf jeden Fall heiraten mit ihm viel spaß aber sonst noch jemanden den wir hier verheiraten können Heirat engagieren Heirat engagieren erstmal stelle ich wieder aus und ich erstmal wieder alle sehe ja ihr könnt heiraten los heiratet alle ist mir egal und schon ziehen sich alle zurück das geht zu schnell ne da kommen wir alle nicht hinterher da komme ich nicht mehr rechtzeitig hin außerdem halten mich die 300 Mann auf so dass ich nicht mehr vorankomme tja wir werden diesen Krieg wahrscheinlich nicht gewinnen es sei denn ich hole mir jetzt noch ne Truppe Sil in der Truppe bereits angeworben die sind ja alle angeworben wenn wir jetzt noch Truppen holen dann haben wir noch mal ne Chance die werden verdammt teuer wenn wir da 800 investieren kriegen wir nochmal 2000 Mann das ist mir nicht wert dafür dass ich nichts davon habe dass wir diesen Krieg gewinnen ja Josi viel Spaß beim heiraten der guten Mann geheiratet und der hat auch minus 70 bei mir wieso denn minus 70 möchte einen Sitz im Rad ja aber du kannst du doch du kannst Diplomatie du kannst Diplomatie du kannst Diplomatie du kannst Diplomatie hier zuweisen ja ich weiß dann wird sie sauer aber dann ist er nicht mehr ganz so sauer ne also egal ob wir was machen so wie sieht's aus kommen die Bayern jetzt zu mir mit ihren 7000 Mann kommen wir dann noch weg ne meine Truppen sind verdammt langsam ja also ich wollte den Krieg nicht und jetzt geht er natürlich wahrscheinlich wäre das hier ein bisschen besser gelaufen hier auf dem Gehügel wir hatten dann noch da waren wir noch mit wer ist er denn so meine Truppen verlieren ziehen sich jetzt aber weiter zurück wir werden jetzt weiterhin irgendwas belagern und uns dann mal umgucken ja gegen Bayern können wir nicht gewinnen ach ihr wollt euch unabhängig erklären das könnt ihr nicht machen ich möchte dir ein Artefakt schenken haben wir denn noch irgendwas was wir gerade nicht brauchen hier dieses Zorngefäß es ist fast kaputt und du kannst es haben und irgendwie ist er von meinem Geschenk nicht begeistert warum nur niemand mag meine Geschenke wie sieht's aus mit der Pilgerreise Dizember 69 dieses Jahr können wir wieder auf Pilgerreise gehen das ist doch schon mal schön Anstifter entdeckt ja die Bayern sind immer noch nicht in mein Land einmarschiert neutralarmee von Posen von eben wird ihr belagert von irgendwem und ihr wollt euch das jetzt einverleiben na toll ich wollte eigentlich die Ansprüche durchsetzen so meine Armee kann ich ja nicht auflösen weil er hier noch im Heerrand dann belagern wir jetzt noch diese Stadt die Bayern können wir nicht schlagen aber es kann auch eine ganze Weile dauern bis der Krieg vorbei ist da er hier komplett besetzt worden ist und wo er jetzt hier hin will keine Ahnung jetzt wird wieder stundenlang weggelaufen ich liebe das immer dieses Weggelaufen ist einfach super ja zack weggelaufen tschüss ist doch vollkommen egal erstmal ins gegnerische Feindesland laufen keine Versorgung alles irrelevant wie ich hier das Tempo hochstellen muss damit ich ihn heute noch einkriege und zack verschwunden weggelaufen 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 only ja und wie hast du den Krieg gewonnen noch? ich bin weggelaufen der Gegner hat einfach aufgegeben weil er keine Lust mehr hatte wieso? nur weil ich dich umbringen wollte? das verstehe ich nicht ich wollte ihn nur einmal umbringen nur einmal tut mir auch leid aber jetzt mal im Ernst machen wir doch alle mal ähm haben wir noch mehr Leute? irgendwen? du hast ja mit dem Brenke gespielt du bist aber 47 du bist elf elf Jahre du bist turgisig eine Kriegsführerin und dich holen wir äh heirat arrangieren haben wir noch irgendjemanden der wenigstens halbwegs in ihrem Alter ist ja Roland 0,5 nur weil er enterbt wird heißt das ja noch lange nicht dass er nicht ficken darf ne also das ne die russen die holen wir uns und wir haben den Krieg verloren fest zum stürmen kommen die nehmen wir noch ein auch wenn es nichts mehr bringt so sei es ja wir haben den Krieg verloren Pilgerreise kostet alles gleich viel heute mal nach Nordgorund oben nach Russland auf geht's wir brauchen die Punkte da oben ist Bauernaufstand ja momentan läuft es nicht ganz so gut ne das äh müssen wir schon mal so sagen Dovi Roland Dovi Roland darf heiraten na los Roland 0,5 ist verlobt ähm ähm Kind unterrichten wir brauchen jemanden der davon Ahnung hat wir brauchen wir brauchen mehr Punkte wir spielen nur darauf dass wir jetzt so viele wie möglich bekommen ja ich bezahle ihn wir sind wir ja nicht so können wir uns leisten sind wir eigentlich noch irgendwo ja müssen wir der Glaube da arbeiten wir dran denke das Spiel sieht gut aus ja ja vieler Fortschritt 3000 haben wir schon das heißt beim nächsten Mal haben wir wahrscheinlich gute Karten dass wir es endlich durchziehen können ja dass wir den Glauben reformieren ja solange Geppi hier äh ganz fleißig seine Förmlichkeitspunkte sammelt macht er gut ne vielleicht kriegt er noch mal ein monatlicher Förmlichkeitsgewinn plus 10% hier nochmal ein bisschen da noch ein bisschen wir müssen ja das Ziel erreichen bevor er stirbt das ist ja das wichtige wir müssen bevor er stirbt müssen wir da was machen fest mal ja ja willkommen Freunde zack umgebracht toll da sind die 3200 Punkte weg wenn er jetzt stirbt das würde uns enorm nach hinten werfen deswegen ist es ganz wichtig dass der Junge gesund ist ja der Kräuterkundler weil Bildung hat er genug den Durst bekämpfen kriegen wir mehr Prestige ja komm ich werde jetzt erstmal von der Anspannung überwältigt das ist nicht so schnell ähm dann ist aber ein Trunkenbold das wollen wir nicht gut dann kriegen wir halt noch mehr Anspannung mein Gott du wirst dich doch jetzt mit irgendjemandem unterhalten und danach kannst du zur Jagd gehen und dich da nochmal entspannen mein Gottchen hier Wiederbelebung der Freundschaft ja zack wutz geht's uns schon wieder besser hätte er nicht mal das eine vorher kriegen können bevor er dem anderen ich hätte ihn erst zur Jagd schicken sollen ich trottel ja im Nachhinein sind wir alle schlauer hier könnten wir noch eine Partisanen Partisade 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 ja hier könnte auch noch eine Partisade stehen ja komm äh ne wir haben gerade so viel Prestige und alles uns geht's gut ich bin eine eifrige Frohnatur ja ich bin glücklich 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 so wenn wir jetzt nochmal ein bisschen Entspannung kriegen haben wir den Punkt hier auch wieder abgearbeitet aber das macht nichts wenn er einen Punkt weniger hat wir haben ja gierig dann kriegen wir mehr Geld ja jedes Mal wenn er gestresst ist will er mehr Geld haben Unterstützung der Bauern ja da bin wir dabei wer ist er eigentlich und vor allen Dingen wo wohnt er ach da oben hätten wir das Kommando ja das wäre aber wen umbringen ja dann könnten wir damit was anfangen vorher nicht ach du gehörst schon zu Polen das ist aber schön dass er das eingenommen hat das finde ich ja nett sympathisch hanseatisch schöne Sache Harry schöne Sache und euch gebe ich kein Geld ihr seid immer noch gegen mich ich weiß gar nicht warum alle sind irgendwie gegen mich ich weiß gar nicht warum 3.300 Förmlichkeitspunkte haben wir schon einspruchstelle einspruchstelle einladen du hast minus 51 möchte einen ratsitz ja aber du kannst doch nichts naja gut du bist in Bildung bist du ziemlich gut aber den können wir nicht mehr wechseln und wir können doch nicht alles haben naja ich muss das reich zusammen halten ähm ne ich kann dir nicht schenken da wird der wahnsinnig ich ihm jetzt was schenke welche Fraktionen herrschen denn jetzt hier wo waren die denn nochmal irgendwo konnte ich doch hier die Fraktion da sind die Fraktion oh Unzufriedenheit aber bis jetzt sind die doch gut gelaunt wieder ich weiß gar nicht was das Problem ist militärische Stärke ist noch nicht so weit fortgeschritten ich muss jetzt auch erstmal zusehen dass ich meinen bei einem Anstärke erholt wenn das wieder der Fall ist ist die Welt in Ordnung dann können die ruhig kommen dann schaffen wir eine Neuordnung wie sieht es jetzt eigentlich hier mit Schlesien aus ähm Masalentum anbieten der Krieg zufolge aber ich würde doch so gerne mit dir jetzt zusammen arbeiten du kriegst Beitritt anbieten gegen wen führst du denn schon wieder Tried die ermutigte Verbesserung ah ja mit welcher Ding ist das scheißegal ein Plock bin ich doch dabei Plock 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 10% mehr das ist schön wie sieht es aus in meinem Fortschritt haben wir heute ein bisschen was geschafft naja da sieht schon mal etwas besser aus als vorher hier sind wir bei 3 hier haben wir auch 3 Dings hat hier 5 Dings hat hier 5 na gut ist doch jetzt erstmal wieder gut gelaufen so wie man es nimmt 15. Januar 971 wir haben die Förmlichkeit noch 1000 mehr und dann können wir endlich feudal werden aber erst beim nächsten Mal aber erst beim nächsten Mal wir haben den nachdem noch mal die 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 das die